Ja, wir machen heute nochmal ein kleines Video zu der Thematik Nenngelder, was sowohl die RCK-Kleinserie als auch die RCK-Challenge betrifft. Immer wieder haben wir die Anfragen von Ausrichtern, die zum ersten Mal überhaupt ein Rennen für uns veranstalten wollen. Und dann kommt die Frage auf, wie hoch ist eigentlich das Nenngeld und wem gehört eigentlich das Nenngeld und wie sollen wir jenes machen, wie sollen wir dieses machen. Im Wesentlichen kümmern wir uns jetzt hier gerade heute mal um die Thematik Nenngelder. Die Nenngelder gehen immer, was die Kleinserie angeht, was die Challenge angeht, zum Ausrichter. Ausrichter sind nicht wir, wir sind Veranstalter. Ausrichter ist der jeweilige Verein, der die Veranstaltung ausrichtet. Das heißt, der Verein muss mit den Nenngeldern seine Kosten tragen, muss gucken, dass er Geld verdient, um vielleicht andere Dinge im Verein sich leisten zu können. Aber es dient nicht unserem Gewinn. Es geht komplett an die Vereine. So soll das auch sein, meiner Auffassung nach. Und so ist das eigentlich auch überall. Die Höhe des Nenngeldes. Da wurden wir jetzt gefragt, ob wir das nicht vereinheitlichen könnten. Haben wir uns Gedanken zugemacht und nein, können wir nicht. Geht nicht. Wir haben einfach in verschiedenen Regionen, haben wir verschiedene hohe Nenngelder. Auf der einen Strecke gibt es irgendwas besonders Tolles, was einfach viel Kosten mit sich bringt. Hier muss vielleicht noch ein zusätzliches Fahrerlager dazu gemietet werden. Das können wir nicht vereinheitlichen. Was wir aber jetzt gesagt haben, ist, dass wir so eine Art Leitfaden erstellen und einfach eine Richtlinie geben und sagen, das ist unsere Empfehlung. Und diese Empfehlung sprechen wir aus. Und da, wenn wir beim Thema Nenngeld sind für eine Eintagesveranstaltung, was ja bei unseren Rennen üblicherweise der Fall ist, lautet unsere Empfehlung, liebe Vereine, nehmt 15 Euro Nenngeld von einem normalen Starter. 15 Euro Nenngeld mag für den einen jetzt vielleicht zu viel sein, für den anderen ist es in Ordnung. Wir sagen dabei ganz klar, die Vereine, die Rennstrecken betreiben, sind die, die für uns wichtig sind, für uns alle. Um unser Hobby auszuleben, brauchen wir diese Rennstrecken. Gäbe es diese Rennstrecken nicht, könnten wir mit den Autos auf dem Parkplatz im Kreis fahren. Aber niemals könnten wir damit geile Rennen veranstalten. Deswegen brauchen wir diese Vereine. Die sind wichtig und die brauchen unsere Unterstützung. Wenn wir bereit sind, für unser Auto 750 Euro, für einen Regler 250 Euro und für eine Fernsteuerung 500 Euro auszugeben, dann kann es meiner Meinung nach nicht daran liegen, dass so ein Nenngeld jetzt verbotene 15 statt der gewünschten 12 Euro kostet. Gut, also unsere Empfehlung, ihr dürft alle davon abweichen, liebe Vereine. Wenn ihr das anders machen wollt, macht das. Wenn ihr weniger nehmen wollt, nehmt weniger. Wenn ihr mehr nehmen wollt, nehmt halt mehr. Aber unsere Empfehlung, 15 Euro sollte das Startgeld für einen Lauf der Kleinserie oder der Challenge sein. Als Richtschnur. Es ist kein Teil des Reglements. Wenn jemand eine zweite Klasse startet, wäre unser Vorschlag, das mit 10 Euro zu berechnen. Wenn Jugendliche an den Start gehen, möchten wir gerne vorschlagen, das Ganze mit 50% zu berechnen. Das heißt, das einfache Nenngeld 7,50 Euro für die zweite Klasse 5 Euro extra. Jugendliche sind nicht mehr so häufig am Start zur heutigen Zeit. Das muss man leider einfach auch so sehen. Gerade deswegen brauchen auch die so ein bisschen unsere Unterstützung und sollen so ein kleines Zückerli zumindest bekommen. Letztlich sind viele von denen auch mit teurem Material unterwegs. Da macht es das Nenngeld dann auch nicht mehr fett. Aber für die, die dabei sind und die das aus eigener Kraft schaffen, die dürfen da einen kleinen Bonus drin haben, unserer Meinung nach. Thematik Trainingsgelder, da wollen wir uns komplett raushalten. Das Einzige, was wir dazu sagen, ist, dass unsere Empfehlung ist, nehmt ein Trainingsgeld. Auch das, es sind ja die einzigen Möglichkeiten, die ihr habt, um letztlich Gelder für den Verein zu generieren. Und wenn ihr dann irgendwo ein Trainingsgeld nehmt, wie hoch auch immer das sein mag, nehmt es mit. Ihr richtet ja Veranstaltungen aus, um bei euch entsprechend Leute zu binden oder Leute zu euch zu bekommen. Und dann sollt ihr davon auch was haben. Das ist meine Meinung. Weil die Leute, die da sind, die nehmen Strom mit, die nehmen Wärme mit, die nutzen eure Toiletten, die verbrauchen eure Tische, die nutzen eure Strecke ab. All diese Dinge tragen dazu bei, dass bei euch Kosten auflaufen. Also nehmt ein Trainingsgeld. Dass wir das Trainingsgeld jetzt nicht mit einer Zahl versehen, ist auch relativ leicht begründet. Es gibt Vereine, in denen kann man abends von 20 bis 23 Uhr trainieren. Und es gibt Vereine, in denen kann man von morgens 8 bis abends um 10 Uhr trainieren. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied in der Gegenleistung. Nicht vergessen darf man dabei natürlich auch, dass es sowohl den Verein als solches gibt, als vielleicht auch einen gewerblichen Anbieter, der auch mit Steuerzahlungen und so weiter und so weiter noch die ein oder andere Mehrbelastung da drin hat. Das heißt, um es nochmal zu sagen, es ist nur eine Hilfe. Es ist kein Teil des Reglements. Wir schreiben es nicht vor. Wir geben es lediglich als Hilfestellung zur Seite. Wir werden dafür auf Seiten der Kleinserie und auch auf Seiten der Challenge einen kleinen Leitfaden noch mit einbinden, wo wir das gerade für Vereine, die das neu ausrichten, ein bisschen mit an die Hand geben. Zweiter Punkt, der auch in diesem Teil der Nenngelder mit dazugekommen ist, ist der Zahlungszeitpunkt der Nenngelder. Ganz konkret wurden wir gefragt, ob wir nicht vorschreiben können, dass die Nenngelder vor Beginn der Veranstaltung überwiesen sein müssen. Tja, grundsätzlich, meine ganz persönliche Meinung, es gibt da so einen Satz, der heißt Nenngeld ist Reuegeld. Wenn ich für ein Rennen nenne, meine Teilnahme bekunde und das Geld dafür bezahle und danach ist aber irgendwie, weiß ich nicht, mein Kanarienvogel hat Bauchschmerzen, dann ist das mein Pech. Das kann ich dem Verein nicht ankreiden. Der Verein hat dafür vielleicht schon Essen besorgt, hat Personal eingeplant, hat das eben angesprochene Fahrerlager mit dazu genommen. Ich kann nicht mein Problem, mein persönliches Problem zum Problem des Vereins machen, meine Meinung. Und so wollen wir an der Stelle auch sagen, liebe Vereine, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir stehen da komplett hinter. Das kann man tatsächlich nicht empfehlen, weil da gehen die Meinungen so krass auseinander. Es gibt Vereine, die sagen, hey, bei uns gibt es nur noch Vorkasse, sonst werden hier keine Rennen gefahren. Das verstehen wir voll und ganz, weil das Absagen von häufig immer wieder den gleichen Teilnehmern leider, dieses Absagen führt einfach zu Defiziten in der Kalkulation, die man nur ganz, ganz schwer ausgleichen kann. Und wenn man im Vorfeld die Überweisung für das Nenngeld hat, kann man damit zumindest ein bisschen was anfangen. So richtig geiles Absagen dennoch nicht. Also am besten kommt ihr einfach alle. Es gibt aber auch Vereine, die sagen, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Ich will nicht mein Konto den ganzen Tag im Blick halten. Ich will da gar nicht hinterher sein. Ich will, dass hier bei mir vor Ort bezahlt wird, weil das für mich viel einfacher ist. Wir finden beides gut. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber auch das werden wir dann aufnehmen, wenn ein Verein das machen möchte, dass er sagt, er möchte das Nenngeld im Vorfeld haben, dann hat er da unsere volle Unterstützung, weil es einfach ganz klar nachvollziehbare Gründe gibt, warum man so etwas tun könnte. So, ich hoffe, ihr habt mich alle richtig verstanden. Ich sage es ansonsten gerade gerne noch zum 27. Mal. Es ist kein Teil des Reglements. Es ist keine Vorschrift. Ihr dürft keinen Verein lynchen, weil er statt 15 Euro 16 Euro nimmt oder 12 oder wie viel auch immer. Es ist nur ein Vorschlag. Es ist eine Hilfe für die, die nicht wissen, wie sie sich richtig aufzustellen haben und wie sie sich nicht aufzustellen haben. Und gleichzeitig ist es vielleicht für die Vereine, die im Moment etwas weniger Nenngeld haben wollen, auch so ein bisschen ein Angebot, eine Hilfestellung. Es steckt sich keiner das Geld in die eigene Tasche. Aber guckt, dass ihr mit dem Verein vernünftig am Leben bleibt, denn wir brauchen euch alle. Bitte.